Jo Leute, willkommen zurück und jetzt machen wir mal weiter mit Dings. Heute schon keine Ahnung wie viele Parts aufgenommen haben, aber ich mach weiter. Halt, schaut. Äh, das sind sechs insgesamt so lange. Naja. Ja, ja, hast du. Okay, guck mir mal hier ein. Ähm. Ne. Oh, Kraut. Pistole, Muni. Oh, ich denke, es ist aber egal. Oh, ich hab nur ein Feld übrig, das ist blöd. Oh, hallo. Oh, da sind zwei von denen. Äh, ich wollte... Bist... Maaannn. Eigentlich wollte ich... Ich hab noch drei Leben. Drei Continuous. Verdammt. Oh. Stummgewehr kann man immer gebrauchen. Nachladen. Ja, da kann ich nicht hoch. Geh mir mal hier hin. Oh, Moment, hab ich da unten... Was haben wir gesehen? Ne. Ha. Okay. Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Ach. Stimmt, die können einfach so hoch. Ich vergaß. Der lebt noch. Ne, doch nicht. Äh, wo? Ach, hier sind ja der Füße. Komm. Ach. Ja. Wie viel Schiss ich verschossen habe, aber das ist gut für mich. Mehr Platz. Ach, zu verbleiben. Oh, hier ist noch einer. Und hinter mir war auch noch einer. Ha. Hallo. Oh, Headshot. Brandflasche. Wow. Das war knapp. Große. Hier sind noch zwei. Why not. Oh, das hat weh. Ich will ihn brennen. Ich will die brennen sehen. Oh. Nochmal. Nett. Nett bist du. Cool, aber du bist sehr nett. Wow. Ja. Oh. Ist ja schön gespawnt. Ich bin bei dir. Zwei gegen zwei. Oh. Ich? Ich bin, äh, ich bin, äh, doppelt so alt wie du. Uh, ne, Spaß. Ich bin, äh, ich bin, äh, ich bin, äh, zu. Hä? Spind, das stimmt. H. Brandflasche. Wie voll. Hm. Ach, Schiße. Machen wir jetzt noch ein 9 raus. ja dann flasche ja finde ich auch finde ich auch ist ein super idee zu machen finde ich auch eine gute idee okay wo wir jetzt dann das gefühl dass ein right mode oder so und jetzt kommt ein endboss mit mir vielleicht hätte ich vielleicht doch noch gebraucht aber da bist du ja mal mehr geschafft wir haben es geschafft der bereich ist frei gehen wir weiter weiter geht's ja bei nords müssen jetzt weiter jetzt hier auch noch in der mitte das war das war wir müssen mal da sein wow ungeheuer zombies heutzutage nennt man auch die i don't see anything ich bin mir gefallen ich brauche noch mehr von diesen bahnflaschen 14 Stück von denen okay das äh ja muss ich doch fuß ha kopf schätze ich mal danke schön sieh schön auf dem kopf da muss ich doch ach jetzt sehe ich wieder nichts wow sag mir nicht oh 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 du hast du wirst es bereuen jetzt ich sag dir doch du wirst es bereuen haha hi oh ich dachte schon ich könnte hier auch zehn stück noch und ich will das hier haben was da drin ist komm ich da hin ah so komm ich hin hm 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 so weiter mit uns komm noch zum Vieh oh du bist blind für ne kurze Zeit Sturmgewehrmonie why not oh oh ich dachte schon du bist tot schon verdammt er wirft schon ha Moment meine Nase hier ok good shot ja 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 dankeschön ach du bist manchmal so nervig ne wir werden antworten der in der der die die ja ja joach mit spaß mach einfach weiter wie du willst ok sehen wir es uns später an Ballflasche ja man tschüss tschüss okay da ist es moment woh nee keine nö die 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 d die 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 Oh, ne Kiste. Sofort einsammeln. Okay. Hm. Hacker. Wow. Wo ist das Vieh hin? Puh. Gucken wir mal hier oben nach. Ähm. Null. Okay, ich schätze mal da drin ist, ja. Okay. Gewehr, Moni. Kann einen selber einsammeln. Uh, ein RPG. Raketenwerfer. Ähm, 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 ähm. Was soll ich eintauschen? Hm. Hm. So, explosive Flasche. Why not. Why not. Das eine Mal können wir benutzen. Boah. Köder Flasche. Das will ich haben. Aber. Ey, würd mich verarschen. Ein Stroh finden, Moni wegwerfen. Köder. Wo. Ach, da. Wie. Okay, ciao. Oha. Sind wir jetzt beide alleine wieder mal? Jack. Von denen habe ich langsam keinen Bock mehr. Irgendwie. Ist jetzt auch offline? Okay. Ja. Du kannst doch einfach GTA Online spielen. Panzer fahren. Hm. Wo sind die Zombies? Wohl. Ja. Nachher. Denn ich kämpfe gerade. Uuuh. Keine Ahnung. Ich sag dir dann Bescheid, ja? Bisher noch in der Party. Reinsmann Tümer auf jeden Fall. Bis mit dann noch oder so. Moment. Äh. Die. Ah. Ah. Wow. Oha. ich meine wie schnell du mit ein level macht ja ich meine du weißt was mein oder wenn ich schnell so level ja ja allgemein ja zwei von denen ja ja dann schlechter ich frage mich warum nimmt man jetzt einen anderen meine race und ist der beste mann nein es gibt nur den guten es gibt nur den der perfekte für mich für mich ja meint jeder mensch egal habe ich ihn noch getroffen ich habe mein dings auf level mein königsverband auch dings gemacht auf level 4 oder so dokumente schauen sie sich das an ich glaube er ist von irina ohne ein wort las der alte mann die letzten worte seiner tochter ich sah wie er der realität ins auge sah und dachte ich kann das meinen welt nicht antun ich kann hier nicht sterben wenn er überfürsorglich sein will bitte lieber das als dass er sich den rest des lebens wünscht er hätte mich besser beschützt und was den alten mann anging er und ich waren am ende unserer reise habe ich mich noch nicht Ich habe auf dieser Insel gelebt. Ich werde auf dieser Insel sterben. Hier, mit Irina. Das wissen Sie nicht. Doch, ich muss. Aber nicht du. Du hast ganzes Leben vor dir, Kraschka. Ich heiße Moira. Fragen Sie einmal noch meine verdammten Namen, die ihn postieren. Du solltest uns mit Seife auswaschen, Moira. Und mein Name ist Evgeni. Evgeni. Dad. 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 Leute, oh Rang A, man sieht schon, wir haben es geschafft mit diesen extra Episodes. Und wie geht es weiter, gibt es noch extra Sequenz, ne, ok, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ciao Leute.